In Deckung! Eine Bombe? Das hier ist Kinderkram, wenn man weiß, wozu er noch fähig ist. Verhalten Sie sich besser ruhig, sonst passiert Ihnen vielleicht noch etwas auf dem Weg nach Hongkong. Also gut, wo ist Hannibal? Ich stehe unter diplomatischer Immunität. Weißt du, was das ist? Das ist ein Wahrheitsserum. Das ist ein Wahrheitsserum. Warte, das ist doch bestimmt schon vom KGB, ne? Das ist eine Herrschaft. Das wäre es. Das war's. Das ist ein Wahrheitsserum. Das ist ein Wahrheitsserum. Das war's.